Schau mal, diese Frau schwimmt. Ja, mit wieder mit dir. Hallo Julia, bist du schon da? Ja, ich bin da. Lange Zeit. Wie geht es dir? Gut, mit dir. Ja, mir geht es ganz gut. Was machst du denn da? Ich gehe spazieren. Ich kann mit dir spazieren? Ja, gehe von dir vieles. Ja, ich will mit dir verheiratet. Wirst du mit mir verheiratet? Äh, ich kann langsam heißen. Ihhh, das stimmt. Ja, egal. Das stimmt. Können wir das sauber machen? Ja, egal. Ja, egal.